hallo und willkommen bei watchmax's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du wieder reingeklickt hast heute kommt mein erstes reaction video was sich auf ein video bezieht was ich nicht selber gemacht habe und zwar ist es ein video von flo flomp 89 florian hat vor ungefähr einem jahr ein video gemacht die verrücktesten uhren meines kanals ich fand den titel klasse habe das video selber glaube ich noch nicht gesehen kann mich zumindest nicht daran erinnern und möchte das jetzt mal anschauen und dann entsprechend sagen was mir dazu einfällt weil den titel hat mich gereizt und wer florian kennt weiß dass er mit sicherheit ganz außergewöhnliche uhren zeigen wird falls ihr meinen kann unterstützen wollt dann könnt ihr den like button drücken kostet nichts hilft mir oder aber ihr könnt noch einen ganzen schritt weiter gehen falls noch nicht geschehen abonniert meinen kanal youtube markt dass ich mag das und es hilft mir euch zukünftig noch mehr tolle videos zeigen zu können aber jetzt schauen wir uns gemeinsam das video von florian an ja das übliche intro von florian sehr professionell gemacht ich mag das gerne und ja wirklich typisch gut und stilsicher hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich bin mal wieder draußen unterwegs hier in heute recht schöne aber sehr sehr kalte atmosphäre ich hoffe ihr versteht mich die jacke raschelt nicht zu sehr und ihr ich denke wir überspringen das und gucken direkt auf die uhren denn die begrüßung glaube ich kennen wir alle und ist auch nicht ganz so interessant wie die uhren selber also springen wir mal einen kleinen augenblick kleinere brands mit eben solch ausgefalleneren uhren und die alle möchte ich euch jetzt mal zeigen aber nicht die gesamte auswahl sondern die zehn meiner meinung nach ausgefallensten uhren die ich jemals hier auf diesem kanal hatte das geht also praktisch los mit platz 10 der ist nicht so nicht so ausgefallen wie die anderen trotzdem ausgefallenere als der mainstream und geht dann durch bis eben zu platz eins ich bin wirklich gespannt was florian als nicht ganz so ausgefallen bezeichnet schreibt doch gerne jetzt mal da unten in die kommentare was ihr glaubt welche zwei marken und ich gebe ein tipp beide marken fangen mit einem a an am häufigsten in diesem video mit ihren uhren vertreten sein könnten zwei marken die am häufigsten vertreten sind fangen mit einem a an also für mich ganz klar nummer eins ist alexander schorukow die wird mit sicherheit am häufigsten vertreten sein welche andere marke mit a ausgefallenen uhren die sehr außergewöhnlich sind ich tippe noch auf lange und söhne schreibt mir auch in meine kommentare was ihr gedacht habt ich habe keine ahnung wie gesagt ich habe das video glaube ich noch nicht gesehen schauen wir mal welche es sind schreibt das bitte jetzt da unten rein ich halte so lange die klappe so das sollte gereicht haben schreibt ruhig noch weiter während ich rede ich bin gespannt was ihr zu den uhren sagt wie eure meinung dazu ist sämtliche das erwähne ich auch gleich noch mal technischen spezifikation findet ihr in den jeweiligen videos über die uhren wie gesagt alle sind schon mal auf meinem kanal aufgetaucht und die videos verlinke ich euch hier oben oder genau unter dem video in der infobox jetzt gebe ich ab an mich selber ins off ihr seht während ich zu euch rede die uhren und wir sehen uns dann im outro wieder und wir fangen an mit dem modell glocker von alexander schorukow die technischen spezifikationen und alles was die uhren so können das seht ihr in den jeweils einzelnen videos in denen ich jede dieser uhren auch schon mal hatte diese sind oben oder unten verlinkt naja gut okay ich gebe zu die nummer zehn ist nicht so wahnsinnig außergewöhnlich zumindest nicht von dem was ich bisher gesehen habe und halt mal fest es ist die erste alexander schorukow die glocker hat die besonderheit ihr seht es am zifferblatt farbige perlmut einlagen und zwar sollen diese die aufgehende sonne repräsentieren so dass man vom dunkeln über das violette rosane pinke übers gelbe dann ins ganz helle praktisch übergeht hier sieht man das auch noch mal sehr schön die uhr hat ein handaufzugswerk und eine weg funktion ich habe jetzt kein original sound aber einen der sich sehr sehr ähnlich anhört den spiele ich euch jetzt mal ein und genau so hört sich eben dieser wecker dann an oder sagen wir so ähnlich okay mit dem wecker ist die uhr natürlich schon ein kleines bisschen außergewöhnlicher als man es ihr ansieht an einen sonnenaufgang muss ich gestehen habe ich bei diesem blatt der farbgestaltung ehrlicherweise überhaupt nicht gedacht kann den gedanken zwar jetzt nachvollziehen aber von selber wäre ich da wahrscheinlich in zehn kalten winter nicht drauf gekommen die uhr ist limitiert wie viele uhren von alexander schorukow und ist jetzt hier unser platz ja sozusagen zehn von den auffälligsten uhren da sie auffällig ist aber jetzt nicht so krass aus der masse heraus sticht ebenfalls alter falter ja das ist eine verrückte und auffällige uhr absolut klasse gefällt mir schon richtig gut beim ersten drauf gucken und hier noch etwas bunter farbiger intensiver von den farben ist unser nächster platz die alec monopoly edition der carrera von tag heuer mit dem 01er werk die ja doch sehr auffällig ist sehr bunt ist vom gehäuse her jetzt nichts besonderes in dem sinne ist ein rundes gehäuse mit ein bisschen bunter farbe ist auffälliger als der mainstream aber eben nicht so auffällig dass es für die vorderen plätze jetzt gereicht hätte was soll denn da noch kommen ich finde die uhr den absoluten knaller wie kann eine uhr noch außergewöhnlicher oder auffälliger sein ich finde sie absolut super die rückseite da kommen wir auch gleich noch hin ist ebenfalls sehr sehr schön und absolut sehenswert ist ein bisschen wie so ein graffiti gestalter das sieht man besonders wenn man da jetzt noch mal mit der lupe rangehen würde der nächste platz wieder alexander schurukow ihr merkt schon ein paar ok totenköpfe ist natürlich immer ein ding auch hier mit der farbe dem gold und wir halten fest die zweite alexander schurukow hersteller teilen sich hier einige der positionen hier haben wir schon etwas ausgefallen und zwar eine limitierte version mit zwei zeit anzeigen sprich auch zu ok totenköpfe zwei zeit anzeigen zwei werke im hintergrund habt ihr gerade meinen hund gehört wie er sich geschüttelt hat klasse super ja vom ziffernblatt vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich aber ganz bestimmt absolut gerechtfertigt in dieser aufstellung bei uhrwerken in diesem falle eine edition die frida carlo gewidmet ist und zwar den positiven seiten des lebens der frida carlo und da gibt es auch noch eine andere variante die ist dann etwas dunklerer gehalten und widmet sich eben dem leiden der frida carlo dass sie nun mal hatte diese nieten stehen sinnbildlich für das korsett das sie tragen musste und die toten schädel ja so ein bisschen angelehnt an diese mexikanischen toten schädel jeweils zeigen die uhrzeit an eine wie ich finde sehr sehr coole uhr man muss es natürlich mögen wie alle uhren die ich hier vorstelle die sind alle sehr polarisierend und alle nichts für jedermann aber genau das ist eben das was diese uhren auszeichnet sie sind trotzdem hochwertig gearbeitet so auch diese variante wobei die hier sehr sehr groß ist also ganz ehrlich würdet ihr diese toten kopfuhr und tragen abgesehen davon dass die zeit anzeigen die zwei anzeigen auf einem blatt natürlich relativ klein sind und auch auf den ersten blick nicht intuitiv zu erfassen würdet ihr die tragen ich bin echt hin und her gerissen zum einen gefällt es mir weil das außergewöhnlich ist zum anderen weiß ich nicht ob ich mit der eingeschränkten funktionalität leben könnte nichts für leute mit zu schmalen handgelenken wir bleiben bei alexander schurukow und kommen zu einer uhr die ich persönlich sehr sehr mag das ist tatsächlich auch einer meiner favoriten aus diesem video die lucky eight zwei in der farb variante gelb schwarz nein das hat nichts mit dem fußballverein zu tun das ist eine variante die ich ja ich finde die passt einfach der kontrast gelb schwarz der die rückseite das werk ist natürlich echt super klasse das gelb gold oder ja wahrscheinlich gelb gold verzierte werk absolut super gefällt mir klasse ich muss mir von vorne noch mal angucken wie sie von vorne genau aussieht ist sehr schön dazu eben dieses rosigold bronzefarbene finish auf den einzelnen teil skelettierten teilen die man eben sieht sowohl eben durch den offenen boden im werk als auch eben skelettiert oder teil skelettiert auf dem zifferblatt alles sehr sehr schön gearbeitet sehr schmuckig aber durch das schwarz am gehäuse und das schwarz eben auch am straußen lederband mit der gelben kontrast nah trotzdem irgendwie auch sportlich und ja eine ganz ganz krasse mischung auch sportlich und elegant ihr merkt es vielleicht ihr hört das raus ich mag diese uhr sie hat ein handaufzugswerk sie trägt sich angenehm und fällt auf und zwar sehr aber eben nicht so dass man jetzt permanent darauf angesprochen wird was man denn da komisches am handgelenkt okay von vorne finde ich sie jetzt gar nicht einmal so mega außergewöhnlich aber die rückseite ist natürlich absoluten traum lenkt trägt das allerdings im positiven sinne könnte hier eher der fall sein ein modell der candy avantgarde ebenfalls von alexander schurukow der ja bekanntermaßen das motto kunst am handgelenk die candy avantgarde die habe ich auch schon mal in der roten version in einem video von mir in der auswahl drin gehabt nicht dinglich vorgestellt aber als auswahl mir gefällt sowohl die form als auch die farbe und wenn ihr außen rum guckt dieser schwarz weiß wechsel auf dem äußeren kranz ist tatsächlich auch die minuterie man kann diese uhr so verrückt und bunt sie ist tatsächlich minutengenau ablesen hat und das eben auch fortsetzt in seinen verschiedenen modellreihen hier eine eckige uhr und die erinnert mich immer vom design und das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder in irgendeiner art und weise negativ also ein testbildschirm vom fernseher wer das noch kennt die alten röhren fernseher mit ihrem testbild so ähnlich sah das aus ich finde die uhr für mich persönlich nicht insgesamt aber sehr gelungen hier kommen wir zur variante level ebenfalls von alexander schorokow und dann verabschieden wir uns von dieser marke und gehen weiter zu anderen teils noch extremeren uhren hier seht ihr dass dieses motto kunst am handgelenk sehr krass durch die uhr habe ich glaube ich selber auch schon mal vorgestellt ich durfte da wenn ich das richtig in erinnerung habe video material von flo verwenden und habe darüber auch ein ausführlicheres video gemacht die uhr ist schon wirklich klasse und ist glaube ich die quintessenz dessen für was alexander schorokow steht wenn ich richtig mitgezählt habe war das jetzt die vierte alexander schorokow ich bin gespannt was da die zweite marke ist weil bei vier von zehn ist glaube ich alexander schorokow klar die nummer eins in dieser auswahl gezogen wird das uhrwerk und die anzeige der uhr natürlich trotzdem hochwertige arbeitet hier relativ klein der rest ist künstlerisch gestaltet diese uhr ist natürlich ja angelehnt ein bisschen an die industrielle revolution und hat definitiv ihren charme hier sehen wir die sang blö von hüblo damit habe ich sicher gerechnet dass flo auch eine mindestens eine hüblo vorstellt und das ist auch so eine uhr super anzusehen aber mit sicherheit nicht super abzulesen und die hat diverse besonderheiten zum einen die zeit anzeige hier steht das lange dreieck für die stunden das kurze für die minuten in der mitte dreht sich ein kleines hexagon das die sekunden repräsentiert beziehungsweise anzeigt das gesamte gehäuse ist aus schwarzer keramik mit den üblichen für die big bang üblichen oder generell für hüblo üblichen kevlar einlagen und sie hat das band schnell wechsel system sie wurde design von einem tätowierer aus der schweiz ist in limitierter auflage in verschiedenen varianten erhältlich und das ist das für ein anstoß wisst ihr das zufällig ist das ein ein druckpunkt als schnell wechsel system oder ist das ein design element ich kenne mich mit üblo überhaupt nicht aus und für mich sieht das so aus als wäre hier es wären es zwei schrauben aber der mitte noch ein drücker wenn sich das band über diesen drücker wechseln ließe wäre das natürlich extrem komfortabel aber auch relativ risikoreich weil man kann ja auch so schon mal an irgendwas dran kommen habt ihr da eine artung ich weiß das nicht aber ich finde es echt interessant ist tatsächlich eine uhr für die eher mutigen unter uns denn die fällt sehr sehr krass auf das ist definitiv eine uhr die man mit überzeugung tragen muss ansonsten ist sie zu anti-mainstream als dass sie der breiten masse gefallen beziehungsweise sich die breite masse trauen würde diese uhr zu tragen so ihr hört jetzt im hintergrund schöne naturgeräusche und wir widmen uns den ersten drei plätzen alle an artya gehend ein hersteller den ich letztes jahr auf der basel was ist das für eine uhr und vor allen dingen was das für ein band ich bin echt gespannt weil er hat es ja noch nicht gesagt glaubt ihr dass das echte schmetterlingsflügel sind oder ist das gemalt also es sieht schon extrem real aus aber ich kann mir nicht vorstellen dass da echte schmetterlingsflügel verbaut sind deren zifferblatt mit gold flakes und schmetterlingsflügel gestaltet ist und tatsächlich schmetterlingsflügel ich hätte es nicht gedacht das sind schmetterlinge von farmen die sowieso gestorben sind also dafür werden keine tiere umgebracht oder so ein quatsch das ist hier absolut nicht der fall das gehäuse ist geschwärzt das armband aus krokole die ist ja absolut abgefahren hier spielt auch die ablesbarkeit und die uhrzeit glaube ich echt keine rolle mehr aber das ist also das ist wirklich genau das was ich vom floh auf seinem kanal erwarte ja die werke sind sehr gut gearbeitet teilweise manufaktur teilweise veredelte zugekaufte werke soweit ich das noch weiß hier seht ihr noch eine blaue einlage und wir haben ein tourbillon also eine uhr die mechanisch wirklich extrem ein extrem hohes level darbietet und design technisch wer es mag definitiv auch das ganze ist noch steigerbar und zwar ihr hört jetzt so ein bisschen meeresrauschen das hier ist eine uhr wo sachen aus dem meer stattfinden auf dem zifferblatt und zwar schuppen ich habe von der marke noch nie gehört kennt ihr die marke also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht was ich davon halten soll dass echte fundstücke auf der uhr verarbeitet sind schmetterlinge und hier was sind es muscheln algen ich hoffe dass es keine korallen sind und wenn dann abgestorbene korallen also echt echt schräg wirklich schräg und habe da noch nie von gehört von fischen und andere geschichten auch mit gold flakes und das gehäuse hier wurde unter stark strom zu der struktur und zu der farbe gebracht die es hat also sehr sehr krass noch krasser ist stark strom auf was für ideen manche leute kommen aber ich finde es auf der einen seite natürlich echt krass weil mal wieder was komplett neues was ich so noch nie gesehen habe ich würde es wahrscheinlich also diese spezielle uhr im leben nicht tragen aber ich bin echt super begeistert davon was was sich manche leute einfallen lassen um sich aus der masse abzuheben es ist hier allerdings eine uhr aus der serie ich glaube son of a gun das alles was ihr da seht sind teilweise aufgeschnittene patronen und das highlight ob man das jetzt gut finden mag oder nicht ausgefallen ist es sind die patronen hülsen die an der seite neben der krone seht oben und unten von der krone habe ich doch gesagt also extrem ausgefallen und auch das sich mitdrehende ziffernblatt wenn ich das richtig gesehen habe technisch bestimmt super interessant aber die uhr ist definitiv überhaupt nichts für mich das sind soweit ich informiert bin noch scharfe patronen die in einem gewisses kunstharz eingegossen sind somit zwar ungefährlich sind aber letztlich ist es scharfe munition also wie ungefährlich cold ganz sind und scharfe munition wir haben es ja mit alec baldwin in den nachrichten unlängst erfahren dürfen ich würde die uhr nicht tragen ich enthalte mich jeder wertung ich würde sie nicht tragen munition so rum am handgelenk und das ist platz eins und da mich der autofokus nicht nur am anfang und während des intros genervt und geärgert hat gibt es leider jetzt nur ein audio outro von mir das auto das ich für euch eigentlich aufgenommen habe ist dermaßen verschwommen das möchte ich euch nicht antun trotzdem vielen dank fürs anschauen dieses videos schreiben ihre meinung gerne unten in die kommentare und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss ja also autofokus probleme kenne ich ja auch insofern volles verständnis dafür ja es ist echt völlig abgefahren um uhren ich habe mir schon gedacht ich hätte bunte uhren und würde mal was außergewöhnliches zeigen was der floh hier gezeigt hat ist der knaller manches davon hat mich begeistert manches davon hat mich zu dem gewissen gerade auch entgeistert würde ich niemals tragen ich bin super gespannt was ihr dazu sagt und auch natürlich wie euch dieses format jetzt gefällt nachdem ich es mal mit einem fremden video gemacht habe schaut gerne beim floh vorbei er postet ja wieder videos er lädt wieder neue videos hoch hatte eine pause von vier monaten jetzt kommen wieder videos ich denke es ist wirklich wirklich interessant und auch wert dort vorbei zu schauen lasst ihm like da falls noch nicht geschehen abonniert ihn falls noch nicht geschehen abonniert auch mich und freut euch an euren uhren auch wenn sie vielleicht nicht ganz so abgefahren sind wie das was wir gesehen haben bleibt gesund und freut euch auf meine nächsten videos bis dahin tschüss euer axel